Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Zeitgeschichten Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Der Museumspodcast Im Grundgesetz steht nicht, alles Gute kommt von oben. Wir wählen die Freiheit! Los, los! DDR-Architekt Heinz Graf Funder kannte sich aus mit großen Tieren. Er hat die Raubtieranlage für Löwen und Tiger im Ostberliner Tierpark Friedrichsfelde entworfen und gebaut. Ob ihm das dann seinen nächsten Job eingebracht hat, das wissen wir nicht. Aber danach bekam er ein deutlich größeres Bauprojekt. Er durfte als Chefarchitekt den Palast der Republik in Berlin mit entwerfen und bauen. Der Palast der Republik war für viele Menschen in Westdeutschland der Inbegriff von sozialistischem Protz. Für viele Ostdeutsche war er ein Stück Heimat. Und für uns als Museum eine Fundgrube an wunderbaren Ausstellungsstücken. Und damit herzlich willkommen zu Zeitgeschichten, der Museumspodcast. Mein Name ist Maike Rosenplänter. Alle Objekte, die in Berlin in unsere Sammlung aufgenommen werden, gehen über den Schreibtisch von Thorsten Krause. Er ist sozusagen der Anwalt unseres Berliner Sammlungsbestands. Er kümmert sich darum, dass die Objekte gut dokumentiert und gelagert werden. Darunter eben auch sehr viele Objekte aus dem Palast der Republik. Also es ist vom Geschirr über Werbemittel, also in Form von Wimpeln oder bis hin zum Palastpuzzle. Wir haben Diaserien vom Palast, Fotos von außen und von innen, aber auch von den diversen Veranstaltungen, die dort stattgefunden haben. Wir haben das Staatsemblem von der Außenfassade des Palastes, ist auch bei uns im Bestand. Das Staatsemblem aus der Volkskammer, die ja auch im Palast sozusagen verortet war. Dann haben wir ein Modell der Volkskammer. Dann haben wir eine Wahlurne aus dem Inventar der Volkskammer, die gegenwärtig ja im Humboldt-Forum als Leihgabe präsentiert wird. Dann das sogenannte Stabweck-Leuchten-System, ein Wegeleitsystem. Aber auch relativ profane Sachen wie Teppichreste von der Auslegewahre, aber auch Lichtpläne. Wir haben Schutzanzüge von den Sanierungsarbeiten, die damals erfolgt sind, nachdem der Palast geschlossen wurde. Also sehr, sehr viel. Und daran ist schon ganz klar zu erkennen, der Palast wurde vorrangig gar nicht als politische Wirkungsstätte genutzt, sondern sollte vor allem ein Haus des Volkes werden. Erich Honecker war bei der Grundsteinlegung des Gebäudes dabei. Und da zitiere ich ihn. Und zwar sagte er, dass die Volkskammer dort verantwortungsbewusst tagen wird. Das ist das eine. Und dass gleichzeitig, Zitat, unsere Kultur in diesem Haus eine Heimstatt finden wird, ebenso wie Frohsinn und Geselligkeit der werktätigen Menschen. Man muss dazu sagen, etwas salopp gesagt, Anfang der 1970er Jahre lief es für die DDR eigentlich ganz gut. Und zwar die Beziehungen zur Bundesrepublik wurden auf eine neue vertragliche Basis gestellt. Die DDR wurde völkerrechtlich anerkannt. Und in diesem Zusammenhang passt sozusagen eine Heimstatt für das Volk mit einem modern wirkenden Architekturgewand sehr, sehr gut ins Bild. Auch wenn es die Herrschaft des Volkes tatsächlich dann nur vortäuschte. Die Entscheidung, dass die DDR eine Heimstatt für das Volk in ihrer Hauptstadt braucht, fiel am 27. März 1973. Da beschloss das Politbüro der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, dass eben jener Palast der Republik am Marx-Engels-Platz mit seinen verschiedenen Nutzungsbereichen gebaut werden sollte. An dem Platz, wo damals der Palast stand, stand bis 1950 das Berliner Stadtschloss, welches ab 1871 die Residenz der deutschen Kaiser war. Und dann circa 80 Jahre später wurde dann dieses Stadtschloss auf Beschluss der SED gesprengt. Und damit war architektonisch gesehen die Mitte Berlins zwar nicht komplett leergefegt, aber nicht mehr ausreichend repräsentativ. Sprich, man musste diese Lehre irgendwie füllen. Und da würde ich gerne kurz einen mitverantwortlichen Architekten zitieren vom Palast, der damals gesagt hat, ich zitiere, wenn sie damals im Winter vom Alexanderplatz zum alten Lindenkorso liefen, das war wie ein Marsch durch die Arktis. Eine Brache. Aber was für eine. Weit, kalt, unwirklich. Man war froh, wenn man drüber hinweg war. Also perfekt, um einen prunkvollen Palast hinzubauen. Nach dem Beschluss ging dann alles auch ziemlich schnell. Die verantwortlichen Männer waren der eben schon genannte Heinz Graf Hunde, einer der bekanntesten Architekten der DDR. Und die Gesamtleitung hatte Erhard Gieske. Die Grundsteinlegung war dann im November 1973. Erich Honecker war dabei. Richtfest war dann im November 1974. Und nach 32 Monaten Bauzeit wurde der Palast dann im April 1976 dann auch tatsächlich eröffnet. Der Prachtbau bestand aus zwei massiven Außenblöcken und einem Mittelstück. Von der Fläche her fast so groß wie der Petersdom in Rom. Die 180 Meter lange Fassade war aus weißem Marmor, bronzefarbenen Aluminiumsprossen und reflektierenden Scheiben. Über die komplette Länge erstreckte sich der Schaubalkon, von dem aus die SED-Führung, Aufmärsche und Militärparaden beobachten konnte. Über dem Eingang prankte das Staatswappen. Hammer, Sichel und Ehrenkranz mit fast 46 Metern Durchmesser. Auch drinnen ging es groß weiter. Das Foyer war zweistöckig, mehr als 80 Meter lang. An den Wänden großformatige Gemälde und an den Decken tausende Lampen. Herzstück des Kulturpalastes war der sogenannte Große Saal. Das war dann der Veranstaltungsraum für wirklich große Kulturveranstaltungen. Vielleicht dazu ein paar Maßangaben. Der Grundriss war ein symmetrisches Sechseck mit 67 Metern Breite und 18 Metern Höhe. Und das Besondere war wirklich eine äußerst variable und moderne Einrichtung und Bestuhlung. Also man konnte diesen Raum sozusagen variieren in seiner Ausstattung. Und dazu auch nochmal eine Zahl. Also die Variation war, man konnte zwischen 1000 und über 4500 Plätzen diesen Raum gestalten. Was auch der Funktion geschuldet war, dass dort die Parteitage der SED stattgefunden haben. Aber auch für Aufzeichnungen der DDR-Fernsehunterhaltung wurde der Saal genutzt. Ein Kessel Buntes wurden dort aufgezeichnet. Aber auch internationale Künstler gaben sich dort wirklich die Klinke in die Hand. Carlos Santana kennt man, Udo Lindenberg sowieso, Mikes Theodorakis, Karel Gott, Mireille Mathieu. Aber auch solche Veranstaltungen, wie dann von der DDR sozusagen veranstaltet wurden. Der Rock für den Frieden mit den Pudis, Karat, City, Silly und so weiter. Also das war wirklich dann dort vertreten. Daneben gab es im Palast gut ein Dutzend Restaurants, Bars und Cafés. Es gab eine Milchbar, eine Espresso- und Mokka-Bar, das Palastrestaurant, das Spree-Restaurant. Es gab eine Bierstube, es gab den Jugendtreff mit Diskothek und das Spree-Bowling. Ich glaube, daran erinnern sich dann einige. Zu guter Letzt gab es das Theater im Palast, wo man dann auch eher so klassische Theaterstücke oder Kammer- und Gitarrenkonzerte erleben konnte. Und das war auch nochmal wichtig, weil die Foyer-Bereiche wirklich großzügig architektonisch gestaltet waren, gab es dort Veranstaltungen für Familien. Also der Tag der Familie, Tag der Solidarität zum Beispiel. Und über allem schwebten tausende Glaskugeln, die dem Palast der Republik seinen Spitznamen verpassten. Erichs Lampenladen. Also die Geschichte will es so, das ist jetzt nicht 100 Prozent belegt, aber ich habe mich nochmal umgehorcht. Und zwar, nachdem der Beschluss klar war, dass dieser Palast gebaut wird, war dann der ausführende Architekt, das war Herr Graf Hunder, und hat sich dann mit Herrn Kelm, Herr Kelm war der damalige Leiter des Amtes für industrielle Formgestaltung, getroffen. Und die beiden, so sagt man, haben dann zunächst eine Idee mal, ich glaube, heute würde man sagen, geskribbelt, eine Idee entworfen. Das sind dann mehrere Leuchten, die wie so eine Art Blumenstrauß sich dann in Form von Kugeln zusammenfinden. Und diese sozusagen grobe Ideenskizze hat dann Peter Rockel, der Formgestalter, mit seinem Team, was primär Ingenieure waren, die haben dann diese Idee tatsächlich auch ausgefeilt und führten dann diese ganzen Lampen oder wie das Ganze funktionieren sollte, dann wirklich zur Produktionsreife. Und das Ganze nannte sich dann das Stabwerk-Leuchten-System. Und wirklich produziert wurden dann die Lampen vom VLB Nava Rosa Luxemburg-Leuchtenbau Leipzig. Aber nicht nur die Lampen waren im Palast der Republik kugelförmig, auch die Lautsprecher. 1973 gestalteten Klaus Dietl und Lutz Rudolf, also auch Formgestalter aus der DDR, die sogenannten Kugellautsprecher K20. Und die sind tatsächlich, so ist unsere Vermutung, oder zumindest kann man das auf historischen Fotos sehen, auch mit verbaut worden. Natürlich die gleiche Form, die Form der Kugel. Sie fügen sich also wunderbar ins Gesamtbild dieser ganzen Konstruktion ein. Und unsere Vermutung ist, sie dienten zumindest als Durchsagen, wenn Veranstaltungen waren oder ähnliches. Wir haben einige dieser Lampen bei uns in der Sammlung. Und auch immer nehmen sie eine Sonderstellung ein. Als sie bei uns ankamen, waren sie nicht funktionstüchtig. Aber das hat sich teilweise geändert. Bei uns im Haus ist es eine Art restauratorische Philosophie. Eher konservieren statt restaurieren. In dem Fall haben wir uns aber dazu entschieden, zumindest einen Teil dieses Stabwerkleuchten-Systems wieder zu ertüchtigen. Sprich, dass es leuchten kann. Und wir wollten einfach diese Lichtwirkung nochmal wieder hervorrufen. Wir haben uns dann mit einem Elektriker zusammengesetzt, der sich darauf spezialisiert hat. Und wir haben dann über historische Fotos versucht, diese Lichtwärme einzufangen. Und das Ganze war dann nochmal ein etwas ingenieurtechnischer Aufwand. Aber unterm Strich haben wir jetzt im Bestand Sachen, die wir im Original belassen haben. Die sind nicht elektrifiziert. Und andere, die wir wieder zum Leuchten gebracht haben. Neben den ganzen Flächen für Unterhaltung gab es im Palast der Republik auch noch den Bereich, in dem Politik gemacht wurde. Der kleine Saal, in dem die Volkskammer tagte. Allerdings nur zwei bis dreimal pro Jahr. Also die Volkskammer war nominell das höchste Verfassungsorgan des Staates. In der Volkskammer waren auch unterschiedliche Fraktionen vertreten. Also nicht nur die bekannteste Fraktion bzw. Partei, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Die SED-Fraktion war dort in der Volkskammer. Es gab eine Fraktion der CDU, eine Fraktion des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Freien Deutschen Jugend. Nur die Volkskammer war tatsächlich politisch ohne tatsächlichen Einfluss. Also sie hatte dahingehend kaum etwas zu sagen. Und spätestens seit 1968 war in der Verfassung der DDR der Führungsanspruch der SED auch sozusagen offiziell verankert. Und somit bestimmte die SED wirklich das tatsächliche politische Geschehen der DDR. Und die Volkskammer war kein Parlament, sie war ein Scheinparlament. Erst mit der friedlichen Revolution ändert sich das. Die Wahl zur Volkskammer im März 1990 ist der erste Urnengang unter demokratischen Bedingungen. Allerdings auch der letzte. Im August 1990 stimmen die gewählten Volksvertreter im Palast der Republik für den Beitritt zur Bundesrepublik. Und am 3. Oktober 1990 ist Deutschland wieder vereinigt und die Teilung Geschichte. Kurz davor, im September 1990, wurde auf Anordnung der Bezirkshygieneinspektion Berlin und auf Beschluss des Ministerrats der DDR der Palast der Republik geschlossen. Der Palast war eines der am stärksten mit Asbest verseuchten Gebäude in Europa. Und die Ursache für diese, ja, Kontaminierung muss man es ja nennen, waren damals notwendige Feuerschutzmaßnahmen. Denn Asbest wurde früher als Wunderfaser bezeichnet, weil es sehr hitzebeständig ist. Allerdings gibt es einen eindeutigen Nachteil. Es ist extrem gesundheitsschädlich. Wird Asbeststaub eingeatmet, kann das zu Lungenkrebs und anderen oft tödlichen Krankheiten führen. Dann erfolgte eine Asbestsanierung von 1998 bis ca. 2003. Und den tatsächlichen Abriss, den hat dann der Deutsche Bundestag im Jahr 2003 beschlossen. Der sich dann aber etwas, ja, so der Abriss, der sich dann etwas verschob, der dann aber im Jahr 2008 dann tatsächlich und endgültig abgeschlossen war. Und dann kommt das neue Alte. Im Juli 2002 gab es ebenso vom Deutschen Bundestag einen Beschluss, nämlich zur Errichtung des Humboldt-Forums im neu zu errichtenden Berliner Schloss. Und diese Entscheidung wurde im Parlament wirklich heftig diskutiert. Und zwar, es gab sozusagen eine Gruppe, die wollten die alte Barock-Fassade des Schlosses wieder zurück. Andere wollten moderne Architektur eine Chance geben. Und in jedem Fall war es nach dieser doch wirklich sehr engagiert geführten Plenardebatte dann das Votum. Mit deutlicher Mehrheit hat sich das Parlament für den Aufbau des Humboldt-Forums in der rekonstruierten Außenfassade des ehemaligen Schlosses entschieden. So heißt es dann dort. So ganz verschwunden von der Welt ist der Palast der Republik aber nicht. Teile von ihm existieren weiter. Zum Beispiel Granitplatten aus dem Palast der Republik sind jetzt Skaterpark am Tempelhofer Feld. Und der rückgebaute Stahl ist, glaube ich, unter anderem verwendet worden in Dubai für diesen kolossalen 800 Meter riesigen Superlative-Turm. Also insofern lebt der Palast weiter und ist, glaube ich, nie richtig tot gewesen. Und natürlich gibt es auch bei uns was aus dem Palast der Republik zu sehen. Im zeitgeschichtlichen Forum Leipzig hängen Teile des Stabwerk-Leuchten-Systems, also dieser ikonischen runden Lampen. Kommt gerne vorbei und schaut sie euch an. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, würde es uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Freunde, Familie, Arbeitskollegen könnt ihr allen gerne davon erzählen. Und wenn ihr mehr hören wollt, abonniert doch unseren Kanal, falls ihr das nicht eh schon gemacht habt. Dann bekommt ihr sofort mitgeteilt, wenn es was Neues von Zeitgeschichten, der Museumspodcast gibt. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Zeitgeschichten, der Museumspodcast der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.